Terrassentour. Heute scheint die Sonne. Das heißt, wenn ich euch heute in die Tour gebe, dann spürt ihr hier ein bisschen besser den Vibe. In unserer Wohnung gehen zwei Feuerschusstüren, durch die wir hier auf die Terrasse rauskommen können. Einmal bei der Küche und einmal aus dem Schlafzimmer von Mika und mir. Die übel schwer aufgehen. Bei der Küchentür haben wir auch unseren Essplatz und auch den Grill. Da haben wir dann richtig schön Pflanzen und meine Erdbeeren haben es irgendwie nicht geschafft. Dafür blühen die Hortensieren langsam und die Tomaten entwickeln sich richtig gut. In der Mitte von unserer Terrasse steht unser Hofbeet. Hier oben ist zweimal Zucchini, einmal Paprika, Zitronenmelisse, Basilikum. Mitten auf der Terrasse haben wir auch eine Ecke für Lucky. Ich habe das Ketterdreieck für Lucky ein bisschen unbrauchbar gemacht. Wir haben den Teppich jetzt doch in die Lounge Area drunter gelegt, weil es einfach gemütlich ist. Und für Lucky hier haben wir so eine Schaumstoffunterlage bestellt. Der ist noch nie runtergefallen von dem Ding, aber man weiß ja nie. Dann haben wir hier natürlich den obligatorischen Wettständer und so ein bisschen unser Herdstück für unsere Lounge Area. Natürlich haben wir auch eine Lichterkette. Ja, wir haben richtig, richtig Glück gehabt bei der Wohnungssuche. Das ist hier echt ein kleines Paradies. Ich freue mich voll, dass es so schön geworden ist. Wie gefällt euch die Terrasse?